Machen Sie mit beim großen Spendentag. Guten Morgen, es ist Radio Wuppertal, 7.37 Uhr, die ganze Stadt für Kindertal am 28. Oktober. Da geht es einfach darum, einen Tag lang ganz viel Geld zu sammeln für arme Wuppertaler Kinder. Immer mehr Wuppertaler überlegen sich jetzt eine eigene Spendenaktion für diesen Tag. Peter Otto hat sich bei uns gemeldet, er ist ein Star-Wars-Fan. So Kostümfans, die sich so verkleiden, dass sie aussehen wie die echten Star-Wars-Figuren. Voll cool zu Darth Vader und so, ne? Ja, oder die Storm-Tuber, diese Kämpfer in diesen weißen Plastikrüstungen. Das ist so eine weltweite Fan-Vereinigung oder am Kindertal-Tag. Da sind die jetzt mit ihrer Gruppe in der Uppsala-Kinderwelt in Oberbahnen. Wir werden mit den Kindern spielen, wir werden mit denen ein Quiz veranstalten und die Kinder dürfen sich gerne mit uns in unserem Kostüm fotografieren lassen. Ja, Peter Otto kommt dann wahrscheinlich als Luke Skywalker. Das ist nämlich seine Lieblingsverkleidung. Die Star-Wars-Fangruppe, die gibt es auf der ganzen Welt. Und da treffen sie sich immer wieder zu großen Kostümfestivals und sie kümmern sich um Leute, denen es nicht so gut geht. Wir machen sehr viel im Charity-Bereich, zum Beispiel auch DKMS, krebskranke Kinder und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich könnte vielleicht jetzt aktiv werden hier in Wuppertal, ein bisschen Fuß fassen und könnte für Kindertal was Gutes tun. Sehr gute Idee. Also Fotos mit den Star-Wars-Figuren am Kindertal-Tag. Überlegen Sie sich gerne auch eine Spendenaktion. Sammeln Sie Geld für arme Wuppertaler Kinder. Es gibt Kindergärten, die möchten Waffeln backen, Läden spenden einen Teil ihrer Tageseinnahmen oder Wuppertaler, die einfach auf der Arbeit mit so einer Spendendose rumgehen. Ja, die Radio Wuppertal-Moderatorin machen auch mit. Wir spenden am Kindertal-Tag unser Tagesgehalt. Also melden Sie sich mit Ihrer Idee. Wir geben Ihnen dann auch die offizielle Kindertal-Spardose und Plakate, die Sie aufhängen können. Und wir stellen Ihre Aktionen auch hier im Radio vor. Alle Infos dazu finden Sie bei uns im Internet. Da finden Sie auch die Liste mit allen Aktionen, die es jetzt schon gibt, auf radiowuppertal.de. Wir sind das Morgenteam. Ich bin Sandra Sammeln. Ich bin Michael Brockert. Guten Morgen.